Ich habe etwas als Christ erlebt, das muss ich dir unbedingt mitteilen. Eine Wahrheit über meine Identität. Es macht einen Unterschied, ob ich weiß, ein Kind Gottes zu sein oder ob ich als solches lebe. Als Kind Gottes habe ich eine große Freiheit in Christus, die ich nicht nur in meinem Kopf irgendwie begreifen muss, sondern ich muss lernen, in dieser Freiheit zu leben und auch danach zu handeln. Als Christ machen es mir aber drei Bereiche besonders schwer, diese Freiheit zu bewahren. Wenn wir aber wissen, wie die Welt, das Fleisch und der Teufel wirken, kann ich mich von ihnen fernhalten. Diese drei Bereiche haben mich vielleicht in der Vergangenheit falsch geprägt und zu negativen Emotionen geführt, die bis heute meinen Blick auf meine Identität in Christus vernebeln. Du musst dich entscheiden, ob du dich von deinen Gefühlen oder von Jesus leiten lassen willst. Meld dich für den Freiheit in Christus-Kurs an und du wirst an diesen elf Online-Abenden Schritt für Schritt in der Nachfolge Jesu wachsen.